Der Weihnachtsmann kommt zu Fritzchen, öffnet den Sack und holt eine Eisenbahn hervor. Oh Weihnachtsmann, woher weißt du das? Dass ich mir die so sehr wünsche. Das hab ich an deine Nasenspitze gesehen, sagt er. Er reift wieder in den Sack, holt Autorennbahn raus und Fritzchen sagt, oh Weihnachtsmann, woher weißt du das denn wieder? Das hab ich an deine Nasenspitze gesehen, sagt der Weihnachtsmann. Da fragt Fritzchen ne Frage, tragen die Engelchen keine Höschen im Himmel? Der Weihnachtsmann sagt, ja, aber woher weißt du das? Ja, da sagt Fritzchen, das hab ich an deinem Finger gerochen.